Verwendung von Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde Hochmolekulare Hyaluronsäure wird in Produkten verwendet, die der natürlichen Chemikalie im Zahnfleischgewebe ähneln. Erfahre heute mehr über die Verwendung von Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde. Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde hat sich als wirksame Behandlung für Erkrankungen der Mundschleimhaut erwiesen. Diese Substanz ist von Natur aus im Zahnfleisch vorhanden. In medizinischen Produkten wird Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht verwendet, weil sie der natürlichen Säure im Zahnfleischgewebe sehr ähnlich ist. Forschungen haben gezeigt, dass Hyaluronsäure zur Behandlung verwendet werden kann, wenn sie ähnliche Merkmale wie unsere körpereigene Hyaluronsäure aufweist. Sie unterstützt den Heilungsprozess und repariert beschädigtes Gewebe. Wie wirkt Hyaluronsäure auf die Mundschleimhaut? Hyaluronsäure wird in den äußeren Schichten des gesunden Zahnfleischgewebes gespeichert. Sie bildet also eine Schutzschicht über der Mundschleimhaut, die verhindert, dass die Wunde oder Verletzung mit Nahrungsmitteln und Getränken in Kontakt kommt. Darüber hinaus trägt Hyaluronsäure dank ihrer antiodemischen Wirkung dazu bei, Entzündungen und Beschwerden zu lindern. Außerdem fördert sie die Heilung von Aphthen. Wenn du an Parondotitis leidest, haben die betroffenen Gewebebereiche auch einen erhöhten Bedarf an Hyaluronsäure. Was passiert, wenn du einen Hyaluronsäure-Mangel hast? Wie wir bereits erwähnt haben, steigt dein Bedarf an Hyaluronsäure, wenn du an einer Erkrankung leidest. Daher impliziert dieser gesteigerte Bedarf, dass ein Mangel an Hyaluronsäure Entzündungen und Schmerzen verursacht. Wenn deine Mundschleimhaut verletzt ist, gelangen Zellen, die für die Regeneration des Gewebes verantwortlich sind, in diesen Bereich, was eine verzögerte Heilung verursacht. Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde Zahnärzte nutzen Hyaluronsäure häufig zur Behandlung schwieriger Erkrankungen im Mundraum, einschließlich der nachfolgenden Entzündungen der Mundschleimhaut Dazu gehören unter anderem Gingivitis, Zahnfleischbluten, Zahnfleischrückgang oder Zahnfleischtaschen Traumatische Zustände Insbesondere Wunden, Zahnreinigungen, Zahnextraktionen oder postoperative Behandlungen Einige Erkrankungen Einige Erkrankungen, bei denen die Schleimhaut des Zahnfleisches einen erhöhten Bedarf an Hyaluronsäure hat Was sind Aphten? Aphten sind kleine Geschwüre mit einem weißlichen Hintergrund und roten Rändern Normalerweise entstehen sie auf der Zunge, in den Backen und am Zahnfleisch Außerdem treten sie häufig bei Kindern und Jugendlichen auf Oftmals verursachen sie große Schmerzen, wenn sie mit bestimmten Lebensmitteln oder Getränken in Berührung kommen Die Behandlung mit Hyaluronsäure hilft, den Schmerz und die Beschwerden zu lindern, die durch das Vorhandensein von SOR ausgelöst werden Das liegt daran, dass sie die Verletzung schützt und außerdem den Heilungsprozess beschleunigt Vorteile von Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde Die Verwendung von Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde ist weit verbreitet Sie bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter die nachfolgenden Schmerzlinderung Sie bildet einen Film, der die Verletzung schützt und den Schmerz lindert Schutz vor äußeren Einflüssen Dazu gehören unter anderem Lebensmittel und Getränke Hydratation des Gewebes Durch den von der Hyaluronsäure gebildeten Schutzfilm wird die Feuchtigkeitsretention gefördert Dadurch wird das entzündete Gewebe hydratisiert Hyaluronsäure fördert den Heilungsprozess Darüber hinaus ist die Verwendung von Hyaluronsäure nicht schmerzhaft Im Gegenteil, sie verschafft schnelle Linderung der Beschwerden Anwendung von Hyaluronsäure Nach deiner täglichen Mundhygiene wendest du Hyaluronsäure drei bis fünfmal pro Tag an und das für einen Zeitraum von drei bis vier Wochen Außerdem empfehlen wir dir, dass du nach der Anwendung eine halbe Stunde warten solltest, bis du etwas trinkst oder isst Es gibt verschiedene Produkte auf dem Markt, die diese Substanz enthalten Je nach der Art und Weise, wie du sie verwendest, sind sie folgendermaßen unterteilt Orales Gel Trage auf die betroffene Stelle einen dünnen Film auf und massiere ihn mit sauberen Fingern gründlich ein Mundspülung Spüle deinen Mund mit etwa 10 ml der Mundspülung für 1 bis 2 Minuten Diese Spülungen musst du nicht mit Wasser verdünnen Hyaluronspray Da du mit jedem Sprühstoß den gesamten Bereich mit der jeweils gleichen Konzentration behandeln kannst, sind diese Sprays sehr praktisch Grundsätzlich empfehlen die Hersteller, die entzündete Stelle eins oder zweimal pro Tag mit dem Spray zu behandeln Hyaluronsäure in der Zahnheilkunde Hyaluronsäure hat keine lokale oder systemische pharmakologische Wirkung auf die Mundschleimhaut Daher ist die Verwendung sehr sicher Außerdem treten keine Nebenwirkungen auf und es gibt keine Kontraindikationen, sodass du sie bedenkenlos nutzen kannst Darüber hinaus ist Hyaluronsäure auch für Kinder ideal, denn sie verursacht keine Schmerzen beim Auftragen und ist auch nicht giftig Das war die Thoughbußen auf und es ist die Verwendung sehr wichtig Schönig Mitbust Der